Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe von Ostfriesland aktuell, heute am Freitag, dem 2. Oktober 2009. Die Streiche von Max und Moritz hat gestern die Chor AG der Grundschule Sandhorst aufgeführt. Die Dritt- und Viertklässler sangen in der vollbesetzten Schulturnhalle Lieder über die Streiche der bösen Boom, die Willem Busch seinerzeit so wunderbar gezeichnet und getextet hat. Die Melodien zum Singspiel hatte Chorleiter Heinrich Harlin selbst komponiert. Fast fünf Monate hatten die Schüler für ihren Auftritt geprobt. Ja, in die Gäste und Gefühle.